einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zur neuen folge staxel mit dem mike ja ich muss mir jetzt erstmal angucken was ich hier bei dem museum verbrochen habe als eingangs bereich aber ich glaube ich habe gar nicht so schlimm was verbrochen als sieht ja ganz gut aus ich glaube das werden wir auch genau so lassen also ein bisschen was müssen wir noch machen der anderen hätte ich gern da hinten noch schwarzen steine dazwischen weil dann doch hätte ich gern schon aber du kennst ja diesen diesen herd dann diesen küchenherd wir würden ganz normal mit der pfanne drauf nicht mit fahne drauf sondern diesen moderneren der sowieso gasplatten oben drauf hat ja sondern da möchte ich gerne oben drauf so so irgendwie was drauf platzieren wie so ein suppentopf oder so aber es geht nicht so so ein herd könnte ich kann sich jetzt sachen auf dem herz stelle so stelle und noch ein stelle jetzt werde ich ja schon ein bisschen neidisch so fehlen unter ria fragezeichen vier blöcke ja das ist eine gute frage das sind jetzt so so themen die wir vielleicht nicht ansprechen sollten ich hab nichts gesehen wo aber sie ist dass wir könnten da so und so so und so perfekt perfekt ja ich habe letztes mal angefangen hier den boden zu erneuern und da könnte es passiert sein dass ich unter ihr den boden weg gemacht habe und sie dann da reingefallen ist denn das kleine loch und naja ich dann keine neuen blöcke da platzieren konnte weil sie der festen überzeugen war sie muss da stehen bleiben ist auch ein spawnpunkt von ihr ja mein gott man muss sich ja auch mal bewegen was sieht schön aus vom museum so ja ja finde ich auch finde ich auch hat irgendwie sowas episches ja also wie gesagt also ich finde das museum dahinter sieht jetzt ein bisschen zu schmal aus oder so aber so sind die sollen mit dem mit den lichthütchen da oben drauf das ist ganz gut gelungen das kann man so machen kann sie so machen ich habe ja tatsächlich die tage die erste person die ich glaube so halbtrollen wollte nur oder einfach nur komisch war radikal weggeplockt in den youtube kommentaren geschrieben oder was hat es geschrieben ja also ich glaube es waren er das ist eine war unter einer folge und vor drei jahren wo ich darüber geredet habe dass ich das immer so blöd finde wenn auf youtube tutorials sind und die zehn minuten brauchen um was in drei minuten zu erklären weil dauernd wie ging das nochmal so in die richtung kommt und da hatte er geschrieben ey du regst dich darüber auf machst aber selber hier die 20 minuten folgen und schneidest nicht raus wie du zehn minuten lang das und das erntest und das wäre auch irgendwie nicht interessant und du müsstest deine videos schneiden dann würdest du auch erfolgreicher sein nach drei jahren 193 klicks respekt habe ich dann darauf geantwortet freundlich wie ich bin habe ich also gesagt du sehe ich ein bisschen als unterschied ich meine let's play ist ein let's play und das hat ja nicht unbedingt das ziel in informationsgehalt zu bringen klar will ich jetzt hier tutorial machen wie renne ich am schnellsten durch stachsel durch intern schon aber so an sich genau so an sich geht es ja hier rein um den fall des unterhaltens ja kann man gut finden muss man nicht gut finden klare sache und ja ernten ist nicht immer spannend und ja es ist definitiv nicht mehr die youtube meter ungeschnittene videos zu veröffentlichen so ist es definitiv nicht aber ist nur ein unterschied zum tutorial meiner meinung nach gut kam erst mal keine antwort und dann kam unter ein aktuelleres wie unter nähe auch kein aktuelles auch ein älteres stachsel video habe ich irgendwie gesagt frederick des schwein braucht muss noch lernen aus dem druck zu essen weil es wäre noch jung hat er dann zitiert und gesagt nein frederick braucht keinen kuhdruck das ist ein kuhdruck oh mein gott menschen mit bachelor ihr seid alles so dumm kein wunder dass deutschland vor die hunde geht wenn die neue akademiker elite so und so in die richtung okay gut gesagt gut ich glaube dir geht es nicht darum hier nicht mehr konstruktive kritik könnte man geben okay habe ihm einen schönen tag gewünscht und blockiert manche menschen muss man einfach nicht verstehen weil also ich sag mal so ich behaupte mal ich bin kritikfähig also ich lasse mich auch gerne von was anderem belehren so ist es nicht aber wenn die kritik einfach nur komische vorwürfe sind und rundum beleidigungen zwar nicht auf dem du holen so ein niveau aber das muss nicht sein oder sonst blockiere ich tatsächlich immer nur so tolle sachen wie klicke jetzt hier damit du endlich deine freundin findest das nimmt ein bisschen überhand in letzter zeit tatsächlich muss ich nicht verstehen ich kriege immer wieder kommentare wo link ist zu irgendwelchen sex seiten und in der regel sind die innerhalb von sekunden gesperrt aber das wird gerne mal gepostet als kommentar um halt leute auf diese seiten zu zu locken also wo halt irgendeine abzocke in irgendeiner form stattfindet ja ja und menschen nie ich finde es halt immer krass dass sowas dass man damit geld verdienen kann also das ist wie dieser scam keine ahnung jetzt fällt mir nix ein der enkeltrick so nach dem motto hey deine enkel sind im krankenhaus 20.000 euro um die rechnung zu bezahlen sind in fucking deutschland erstmal krankenversichert ja einiges wird nicht von der krankenkasse übernommen keine frage aber und das funktioniert verdammt gut und gut meinen wenn es um 20.000 geht das machst du zweimal im jahr da hast du ein gutes jahresgehalt oder auch dieses so ich bin der primz aus samunda ich will ihnen 1000 millionen vererben dass sie müssen mir nur 1000 euro schicken damit sie wegen der überarbeitungsgebühren du musst ihm geld schicken damit du mehr geld kriegst genau genau ich meine gute so verdient man in der regel geld man investiert geld und kriegt dadurch mehr geld okay kann ich ja noch das war tatsächlich auch sich damals meine erste wohnung gesucht habe war das auch die angebote die super günstig und super schön waren da war dann oft so ja ich habe die wohnung gekauft für meine tochter also auf schlechtem englisch alles die da studiert hat in stuttgart aber jetzt brauche ich das nicht mehr deswegen vermiete ich die jetzt und bei der beim ersten mal sowas lesen denkst du okay who cares passt ja und dann kommt als nächstes ja ich bin aber gerade in london weil ich lebe in london denkst du auch noch so okay i don't care und dann kommt ja ich würde ihnen den schlüssel zusenden ich bräuchte nur eine kaution in höhe von 600 euro oder von 1000 euro dann können sie sich die wohnung angucken und er ist ja weil du es dann zwei dreimal sowas bekommen hast und weißt gut dass es betrug konnte im optimalfall hast du da keine 1000 euro hingeschickt nein habe ich nicht dann kriegst du schon so auf so anzeigen eigentlich nur in der hoffnung so eine e mail zurück zu bekommen das beste ist wenn du dann auf die e mail antwort das kriegst du einfach standardisiert egal was du antwortest ich habe den schon geschrieben ich liebe sie ich habe den schon geschrieben ich hasse sie und was es ihnen denn bringt kommt standardisiert nur zurück die nächste e mail in dieser reihe halt und da verstehe ich ja noch irgendwie dass wenn man eine wohnung sucht und das ganze noch nicht so kennt drauf rein fällt okay weiß ich nicht aber es war alles krass und dann landest du in dem call center in daily zum beispiel bei uns im bekannten kreis gibt es einen älteren mann der hat keine frau mehr und der hat jetzt in zeitungen annoncen gesetzt also so partnersuch annoncen also dass er eine frau sucht halt naja zwei interessen so dieses dieses typische halt und er kriegt dann immer nachrichten von irgendwelchen russinnen in der regel und da sind stellenweise auch so dubiose sachen dabei dann weiß ich auch nur weil er hatte mich irgendwann mal gebeten ihm kam das eine nicht ganz koscher vor und dann hat er mich gebeten gehabt ob ich mal nach ob es ihm eine möglichkeit gibt rauszukriegen wo eine e mail herkommt ob die wirklich aus dem und dem land kommt sagt ja kann man nachgucken wenn da nichts extra verschlüsselt ist und das macht der autonormalverbraucher nicht kannst du die ip adresse sehen und kannst dementsprechend nachgucken aus welchem land das kommt wenn man nachgeguckt wo die eine kam die angeblich aus russland kam kam dann aus aus indien gut das war dann relativ offensichtlich weil in der e mail die danach kam hatte sie dann auch eine telefonnummer angegeben wo er sie anrufen könnte das war eine ähnliche nummer okay also man hat ja immer diese länder vor wahlen deswegen war es relativ gut zu sehen und das beste war die eine russin die angeblich in einem russischen militärkrankenhaus arbeitet und deswegen kein handy mit whatsapp hat weil sie darf gar kein handy haben weil sie könnte da drin ja was geheimes abfotografieren und deswegen kann sie mit ihm kann sie ihm keine bilder über whatsapp schicken oder irgendwas also sachen ich denke mir immer so ey es ist so krass dass leute darauf genug leute darauf reinfallen dass sich das ja scheinbar noch lohnt und ja ich baue gerade teichwassertürme damit ich mehr schwemmel habe die frei sind ohne wasser da füllen wir jetzt auf mit langem krass ich würde hier tatsächlich langes gras mal hin machen und langes gras an sich eigentlich ganz schön ganz schön ganz schön ist das das ruckelt auch an bis man ein schlückchen kaffee nimmt knatsch das ist der stuhl da sitzt mein fetter arsch drauf und der wackelt dann der knatsch dann ein bisschen hi hi hast du hier den dings weg gemacht ja das passt kann ja hier ja eigentlich auch der weg weg oder genau das wäre so der next step weil der ist ja dann vollkommen überbewerteter weg alles schön voll kloppen es gibt keine anderen straßenlater oder oder doch es gab im winterfest gab es diese asiatischen oder ja aber die hast du nur bekommen wenn du diese kajoten da die kreis denn ja die kreis die fische gefangen hast die fische die fische die kümmerung nicht online kaufen oder das wäre glaube ich ein bisschen komisch dann konnte man ja vorher dass man diese kaufen konnte ja jetzt kann man es leider nicht mehr weil sie es irgendwie rausgenommen haben hast du noch ein block von diesen weißen hier ich muss mal kurz hier durch achtung ich muss vorbei ich muss hier vor euch genau da muss ich hin und sternteil ja also ich würde tatsächlich auch wirklich durch ich musste zum sternteil ich würde tatsächlich auch dem ganzen dorf nach und nach diesen weißen weg jetzt bringen willst du denn auch haben bis zu dir ich lasse hier den weg ok auch hier zwischendurch lasse ich den weg ok ich finde das sieht sieht euch jetzt nett aus im dorf ja bausten so um so irgendwann so weißt du ich weiß jetzt nicht in welcher zeit jetzt staxel spielt ja zu welcher zeit und wenn du das jetzt alles so schön so wie ich so schön machst irgendwann sind wir dann in der in der zukunft in der zukunft genau oder so klas bauten ich höre im bett liegen tatsächlich ja ich auch okay er will bei so age of empires oder sowohl durch die verschiedene ja genau ich weiß gar nicht was die erste zeit ist glaubt mittelalter kommt drauf an dass sie meist starten ja im stein zeitalter genau steinzeit ich habe seit jahrhunderten gefühlt kein age of empires mehr gespielt mindestens seit jahrhunderten das viele zeitalter haben und so weiter zum frühstück moin mädels und was die ich muss noch mal nachher meine küche abreißen ich wusste noch ein bisschen anders da machen was los nessel ernte fängt wieder an und so it begins erst muss ich meine tiere ernten das klingt irgendwie falsch auch wenn ich weiß was du meinst was ist denn das hier langes grünes gras ist auch langes grünes gras jetzt stein drunter kann das sein wo stein drunter es kann stein drunter ist es rein durchs licht ist er doch hier drüben ist es auch so rot hier unter dem rotlicht ja es ist volles rotlicht viertel hier vom museum so schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer hier habt ihr nichts gefressen ja krass das licht macht hier ultra viel aus ist das herbst licht ja auch kein platz im inventar das ist natürlich bescheiden kann ich nicht das gefühl glaub ich dir aufs wort aber genau da noch mal eins gelandet also gut nicht genau da das andere war ja da und nicht habe also nah genug hat mal wie viel wie viel kacke ich gerade habe das sind so fragen die einfach nur strange sind von den tieren das macht schon besser ich würde sagen du hast 372 274 734 und du kannst bald hier stacks voller kacke verkaufen 735 oh bacon nice würde ich tatsächlich trotzdem noch gerne die bäume hinstellen ich bin mir aber nicht mehr sicher ich meine aus dung aka kacke und eicheln hätten wir die sitzlinge bauen können da müssen wir jetzt aber mal müssen wir mal eine runde schauen gehen was mal hier wir können ja mal wir schmeißen mal ein paar sachen raus äh ja ich gucke gerade nach oder haben wir das rezept dafür noch gar nicht ich weiß nicht mal ob es das rezept noch gibt oder ob das nur so ein so ein trickity trick war aber ich würde zuerst mal mein inventar ein bisschen aufräumen also kann natürlich sein dass man das inventar frei das inventar das freischalten kann aber ich weiß es nicht kann mir gut vorstellen dass es das tatsächlich so an sich gar nicht gibt sondern es einfach so ein so ein geheimes überbleibsel ist sozusagen mit dem weg meine kombinierstation das weiß ich jetzt auch nicht hä hab ich gar keine ich hast du gar keine ich tue das teichwasser ganz unauffällig zwischen das holz ganz unauffällig ganz oder ich hab auch viele laterale einstecken oh morphe ist wieder da was hat denn der gute im angebot oh der und der die krassesten sachen das post aha ich dachte wir hätten das schon tatsächlich damn dann bin ich einfach vorbeigelaufen wollen wir uns wollen wir so asiatische laternen aufstellen statt den normalen straßen laternen ach das ist doch scheiße du kannst hier eh mir weißt ja nicht mehr egal es ist bald winter keine angst ich besorge uns da mehr weißt was jetzt schön gewesen wär oh neli 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 hallo hallo hund hey chill wo bist du gerade ich bin gerade unten in meiner farm ach du bist unter deiner farm ja im keller oben ist bei dir auf dem feld ne Direkt erschießen. Direkt Schrotflinte raus, ne? Ja, und der will mal eine Ernte klauen, ich sag's dir. Ey Robin, warte mal. Warte mal, guck mal, ich hab hier eine Schrotflinte. Sumpfstein? Ja, ja. Können wir auch mal hier den Lives Rucksack? Das ist roh Mammutholz. Das ist roh Birkenholz. Das ist roh Holz. Guck mal hier, ne? Weißt du, was schön gewesen wär? Mhm. Du kannst sie nicht benennen. Das ist das Blöde daran. Ja, da steht halt einfach nix drauf. Ja, aber weißt du, was ich gut gefunden hätte, wenn man jetzt irgendwie so... Wenn man da was hätte draufschreiben können? Naja, du hast ja halt dieses Zeichen hier und wenn du da dann mit deinem Icon da drauf bist, dass sie dann oben drüber oder unten drüber angezeigt wird, wo es in die Richtung geht. Ja, weiß ich. Weißt du, dass du denn da was draufschreibst und dann irgendwie... ...was rein speichern könntest, sozusagen. Ja, ja, wie halt bei den Schildern da. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo, Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und der Hund rastet schon vollkommen aus. Bis übermorgen, 17 Uhr. Hau rein, bleib gesund und bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.